Sehr schön, sehr schön. Was? Tuto? Tuto ist dabei! Hallo! Und damit Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer erneuten Ausgabe von den krassesten Fortnite Plays, die ihr jemals sehen werdet. Und zwar haben wir hier von Fortnite Legion ein neues Video, das heißt Best Fortnite 200 IQ Plays and Predictions Nummer 14. Ich hab's noch nicht angeschaut, wir klicken jetzt direkt rein. Wenn ihr euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Und da ganz wichtig, wenn ihr auch 200 IQ in Fortnite haben wollt, dann müsst ihr jetzt, wenn ihr neu seid, auf diesen Kanal unter mir abonnieren, klicken, wenn das rot läuft, dann habt ihr 8 Millionen IQ und werdet die besten Kills in Fortnite machen. Und jetzt schauen wir rein. Let's go! Neue 200, 500.000 IQ Plays, meine Damen und Herren. Also! Oh nein, er hat bei HCC 4 gemacht. Und seine Teammates sind down. Oh! Schaut mal, alle sein... Bro, er lockt die Gegner jetzt an. No, 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 no. Ah, man, no, 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 no. Bro! Und er kann alle Karten auch von seinen Teammates holen. 5 Millionen IQ, Baby! Wow! Alter, krank! Heftiges Playsor. Oh mein Gott Hat er nicht Gewacht, Baby Okay, Jumphead Lul, er konnte durch den Baum fliegen Ich bleib da immer hängen Oh mein Gott, Baby Oh mein Gott Seine Ehre wurde weg Seine Ehre wurde zugebaut mit Häuschen Eingehämmert, tschüss Ab, weg, Haus verkauft Jetzt schauen wir mal Baut sich ein Oh mein Gott Oh mein Gott Bro Was ein gestörtes Play Grappler Heli, muss ich mir merken Mach ich heute Abend im Livestream, ihr werdet sehen Wenn ihr meine Livestreams nicht kennt, mag ich live auf YouTube Jeden Abend ein neuer Livestream, da könnt ihr was lernen Ey, der ist schon wieder Ich kenne vom letzten Mal den Typen, ey Oh nein Wie er reagiert Was eine Legende, Bro Kranker Clip Oh mein Gott Was Oh mein Gott Oh mein Gott Sick gemacht, sick gemacht, Baby Oh mein Gott Sick gemacht Weißsecker Hit, okay Jetzt schauen wir mal, was Cypher macht Er macht Minen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Danke Auf Schlau Basis Okay Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Baby Das im Bus war ich Sorry, tut mir leid meine Damen und Herren Bin gestorben Alle ruhig bitte Ich will nichts da Bro Warte was, nochmal, 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 nochmal Ich will es nochmal sehen Ich will es nochmal sehen Oh Bro Was für gestörte Plays, ladies and gentlemen Was für gestörte Plays Cypher und Ninjas spielen zusammen hier Er hat so ein Das kann nicht sein Das kann nicht sein Das war ja mal gestört, das Plays Ins Wasser Das war einfach nur smooth Sehr schön, sehr schön Was, Tuto? Tuto ist aber, äh Tuto ist in Fortnite Legion Was? Oh Let's go Was? Ich habe mit allem gerechnet Aber nicht mit Tuto Wo kommt der her? Grüß dich raus, Alter Weiß der das? Wenn nicht Ey Ich hoffe, der weiß das Geil, Mann Ich will da auch mal drin sein Ich mache auch zweiter DQ Plays Ihr kennt mich doch I will not let you get away Oh Schöner Bounce Schöner Bounce Fresh Asian Krankerspiel Okay, wir gucken Clean gemacht Clean gemacht Heavy Snipe Play Schön Schön Schönes Play Schönes Play Oh Schönes Timing Gut gemacht Oh, jetzt kommen Granaten Oh Er lässt sie an der Wand Abbouncen Bro, da ist Er ist Wow Ich habe euch gesagt Heute gestört Das Das kennen wir schon Also das ist in jeder Folge Dieses Play ist in jeder Folge Ich habe euch gesagt Heute gibt es Geisteskranke Wirklich Geisteskranke 8 Millionen DQ Plays Und das hier ist gestört Das war glaube ich ein Bug Wieso er es machen konnte Aber das ist Einfach nur gestört Dieses Play So Dankeschön Dass der Typ Mit seinem Toaster Aufgenommen hat Grüße genauso an dich Okay Oh mein Gott Er baut zu Der andere jumpt runter Oh Oh Ha Yo Er baut das Wasser Zu Krank Schönes Heavy Play Schön 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 Double Heavy Snipe Play Auch schön Oh er baut ab Mal schauen Gibt es jetzt ein Fall Damage Ja ne Er hat ein Trampo geplaced Leute Er hat es überlebt Der Gegner Aber sie haben das Trampo Direkt kaputt geschossen Oh Oh da ist wieder diese Foxy If you search Doomate Foxy I play with you Gerne Eine Runde So klebt man die Chicks in Fortnite Kappa T-B-N-R-Kenworth Aha Oh Schöne Bounce Nades Knackig gemacht Digga Knackig gemacht Er kann es Er kann es selber gar nicht fassen Cypher Jetzt wieder Cypher Macht gestört Wie macht er das? Hä? Wie? Ich check das nicht. Ich check nicht, wie er das macht, Leute. Wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare. Wieso gehen bei ihm die Dinger durch die Wand durch? Wenn ich das mache, passiert das nicht. Laserschwert, okay. Oh, C4. Oha. Schön gemacht, schön gemacht. Jetzt mal gucken, C4 beste. Stabil, stabil. Gut gemacht. Normales Heavy Snipe Play. Auch schön, auch schön. Knackige Edits noch hinterher. Stark. Oh, der war heftig. Der Schluss war heftig. Mal gucken, was der... Er landet im Boot und wird sie killen. Passt auf. Er landet im Boot und will sie killen, ne? Safe, safe, safe. Oh. Oh. Er ist da. Oh, der war heftig. Heftiger Clip, heftiger Clip. Wieso hat er nicht geschossen? Er war doch auf seinem Head drauf. Schön gemacht. Okay. Oh. Oh, mein Gott. Oh, der war böse. Dieser Sidejump war so... Oh. Genauso böse wie der Clip, Alter. Krank, krank. So, wir haben wieder Minenplays. Die Minenplays sind anscheinend übel crazy. Oh, den kenn ich. Der ist gestört. Der ist gestört. Wahnsinns Play, Alter. Wahnsinns Play. Stellt euch vor, er wäre da gestorben. Wie peinlich. So ein krankes Play. Oder wie ärgerlich, besser gesagt. Und dann da gestorben. Das wäre heftig, ärgerlich gewesen. Okay, er tut so, wie wenn er ein Bot ist. Oh, und jetzt lasert er ihn. Schön gemacht, schön gemacht. Stark, stark, stark. Grappler und Heavy Snipe, schöne Kombi. Schöne Kombi. Meine Damen und Herren, das waren die 200 IQ Plays des Tages. Wenn ihr euch gefallen lassen, dann noch um da kostenlos. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr auch so gut sein wollt. Und ganz wichtig, falls ihr Fortnite spielt. Mich würde sehr freuen, wenn ihr in den Fortnite-Shop geht. Werbung an dieser Stelle. Und mein Crater-Code eingibt. Da mag er, hier unten steht das richtig eingeben. Ganz wichtig, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich würde mich sehr freuen. Jeder, der es eingibt, ich küsse dich. Du bist eine absolute Legende.